... auf der Wait a Little Farm in Südafrika durch die Pferdesafari in Reutlingen als Ehrenpreis ausgeschrieben, nämlich im Jahr 2012 und im vergangenen Jahr. Und mit diesem Pferd, dieser weißen Düne, hat sie übrigens die WM der jungen Pferde 2016, als der Schimmel siebenjährig war, gewonnen. Hier kommt der donnernde Mega-Applaus für die Doppel-Europameisterin, die ist Ingrid Klimke, Deutschland. Wo sind die Fans von Ingrid Klimke? Die Fans von Ingrid Klimke Die Fans von Ingrid Klimke Stilistisch ein Hochgenuss hier, Weiße Düne und Ingrid Klimke. Und die Dünenwanderung geht weiter. Ingrid Klimke gibt alles und Stuttgart gibt alles für Ingrid Klimke. Das ist die Best-Side. 38,47, 38,47, neue Führung. Applaus Wie viel Prozent hatten sich für Ingrid Klimke entschieden? 36. Okay. Das heißt, 64 Prozent von Ihnen glauben, dass der Sieger noch kommt. Ich hätte noch drei Möglichkeiten im Angebot und allesamt Hochkaräter. Zum Beispiel, dieser junge Bursche, gerade mal 23, hatte mit 15, wie man salopp sagt, den Kaffee von der Schule schon aufgehabt. Hat die Schule dann verlassen. Ich hätte das am liebsten schon nach dem ersten Schulzeit. towne ankladier die Schule schon über meine Flüss ist. Aber das dancer braucht also drei Jahre, aber es wird langsschlein und hierbei,